Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst. Ich bin jetzt ein Befehl! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn, ey! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Sie werden befehlt, so wie das Sechzen! Soll er halt uns darin hindern, selbstständig zu denken?